Hallo und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe von Satans Musikagenda in der Folge Nummer 12 mit David Bowie. Der Mann, der wirklich sehr viel hergibt, kann man nicht anders sagen. Und dieses versuchen wir hier im Lichte der Bibel mal zu beleuchten, welche ganzen Dinge da jetzt in dem Bezug auf David Bowie und Umgebung auf uns losgelassen worden sind, um uns zu verführen und uns letzten Endes vom rechten Weg abzubringen, was eine sehr gute Reminiszenz jetzt ist, an den Film Lost Highway vom Regisseur David Lynch, der im Jahre 1997 dann eben dieses Stück von David Bowie namens I'm Deranged, Ich bin geistesgestört, da verwendet hat als Titelmusik. Und deswegen ist das Ding auch hier eine absolute Erwähnung wert. Und ich denke, das sieht mein Bruder in Christus, der Jörg, genauso. Moin Moin. Ja, Moin Moin, Bruder. Ich lerne immer viele Dinge bei bei diesen Sendungen, weil du Lieder besprichst, Filme besprichst, Serien besprichst, die ich zwar oftmals vom Namen gehört habe, aber niemals gesehen habe. Ich möchte mal eben kurz zurückgehen auf die Sendung hier vor. Da hattest du Hugo Egon Balder erwähnt, wo ich dann sagte, der Name Balder im Englischen Balder hat nichts zu tun mit Glatze, sondern hat damit zu tun, dass es von Baal abkommt. Und wenn man dann weiß, was der für Sendungen gemacht hat, ist das ja auch gar nicht mal so weit hergeholt. Dem seine Tutti Frutti Sendung habe ich nie gesehen, weil der Titel geschieht mir so blöd in der Zeit, der gesagt hat, verschwende ich meine Zeit nicht dran. Wenn ich dann nackte Frauen sehen wollte, habe ich mir damals einen Playboy gekauft oder sowas. Also habe ich nie gesehen und habe ich heute das erste Mal gehört, wo es ein bisschen drum ging eigentlich. Und das finde ich immer sehr interessant. Solche Dinge, wie man immer oftmals in seinem Leben nur am Rande wahrgenommen hat, werden auf einmal in die Mitte gerückt und von dir beleuchtet in einem Licht, wie man es nie vorher gesehen hat. Und das ist natürlich schon mal ganz interessant. Tutti Frutti, diese Sendung von Hugo Egon Balder war jetzt nur mal ein Punkt, aber der Film, den wir da gerade eben besprochen hatten von David Lynch, Lost Highway, ist ja auch sowas. Da habe ich noch nie von gehört, da habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht und von daher sehr interessant. Ja, deswegen möchte ich auch gar nicht irgendwie groß viel Zeit verschwenden, sondern möchte sagen, mach bitte weiter mit deiner satanischen Media-Agenda, um sie zu entblättern, um den Leuten aufzuzeigen, wo, was die Lüge eigentlich wirklich ist, dass sie umso leichter die Wahrheit finden, die nur im Wort Gottes zu finden ist, nämlich in der Bibel. Und zwar vorzugsweise in der englischen König James' Bibel von 1611. Bitte, Bruder. David Lynch hat, wie gesagt, diesen Film gemacht, Lost Highway, der verlorene Highway. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wir jetzt schon letztens ein bisschen angerissen haben, durch einmal den Titelsong und zum Zweiten eben durch dieses Schicksal von dem Protagonisten Robert Blake, der eben da so eine teuflische Figur sozusagen gespielt hat, in diesem Film Lost Highway. Und deswegen kommen wir jetzt mal wirklich zu dem wirklichen Film von Lost Highway. Denn in diesem Film passiert einiges. Da werden beispielsweise einige Sachen dann gezeigt, die eben da jetzt zum ersten Mal gezeigt worden sind. Beispielsweise einem großen internationalen Publikum, die Band Rammstein. In einer Szene, wo der Protagonist ein Pärchen beim Liebesakt da erwischt, wird eben das Stück Rammstein von Rammstein gespielt, was ein extrem aggressives Gitarrenriff ist. Bitte nicht so schnell, ich muss ja noch den Text vorlesen da oben. So, und die Gruppe Rammstein hat eben da ihre Namen benannt, mit Doppel-M, von dem Ort Rammstein mit einem M, wo damals bei einer Flugschau bei Kaiserslautern, bei 300.000 Besuchern eben genau dieses Unglück, was da jetzt gerade im Bild gezeigt worden ist, nämlich eine Kollision von zwei Flugzeugen stattgefunden hat und wo da auch Menschen zu Schaden gekommen sind, extrem zu Schaden gekommen sind. Und aufgrund dieses Unglückes hat sich eine Band benannt, mit Doppel-M, aber natürlich als Reminiscenz auf eben dieses Unglück. Das heißt, diese Band hat sich schon nach einem Unglück benannt. Diese Band hat sich schon nach einem Unglücksfall, nach einem Todesfall benannt. Ja, was sagt ihr das? Das hatten wir doch schon mal, das hatten wir doch schon mal, mit der Entführung da, mit der von den Banktypen da. Silke Bischof, ja. Genau, 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 das war doch dasselbe, ne? Ja, sehr gute, sehr gute, sehr gute Zusammenarbeit gerade hier, wunderbar. Ja, das ist perfekt. Ja, ja, aber das ist so halt, ne? Wenn man dann da schon sieht, dass die Reminiscenz dieser Band eben ein Unglück ist, ein Todesfall, dann kann man ja eigentlich auch schon sagen, Moment mal, also stoppe, stopp, 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 oder so, was ist das denn jetzt für eine Geschichte? Wenn man aus einem solchen Unfall jetzt auch noch Kapital schlägt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Rammstein ist deswegen so bekannt, weil die Band natürlich keine Anfangsschwierigkeiten hatten. Die Leute wussten, aha, Rammstein, Rammstein, ja, das klingt so wie der Unglücksfall. Zwar mit zwei M wie Rammen, dann auch nochmal zusätzlich eine Verschärfung, meiner Meinung nach. Aber dieses Unglück, was eben 1988 geschehen ist, das hat 70 Tote gefordert, 70 Menschen sind ums Leben gekommen. Wenn man jetzt mal okkult betrachtet, würde man sagen, okay, da sind 70 Menschen geopfert worden. Ja, wem denn? Dem Feuergott. Fire, walk with me. Schlimm ist das mal David Lynch, ha? Was ein Zufall, oder? Was sehe ich denn auf dem Bild? Ich sehe Flugzeuge, also ich sehe Stahlvögel sozusagen, ich sehe ein Unglück und was ich nicht sehe ist, also was ich sehe ist Feuer und was ich nicht sehe, was ich aber weiß, sind 70 Menschen ums Leben gekommen. Und dabei reden wir jetzt gerade nur um die Todesfälle, inklusive einem ungeborenen Kind im Übrigen. Ja, und über 1000 Verletzte. Das ist ein Massengrab, Rammstein. Und da können hier die vier Jungs quasi mehr als hemmsärmlich schon hier vor der Kulisse stehen und hier auf Friede, Freude, Sonnenblume machen. Die haben sich nach diesem Unglücksort benannt. Natürlich haben die sich nach dem Ort benannt, natürlich nicht nach dem Flugzeugunglück. Ja, wie doof müsste ich denn sein? Und es wurde ja oft schon gefragt, von wegen jetzt hier, ja, was ist mit Rammstein? Sind die jetzt wirklich satanisch? Ja, also ich denke, das kann man in zwei Minuten beantworten. Und zwar mit dem, einmal mit dem Lied, was bei Lost Highway, ich meine, wenn ich schon ein Lied habe, was bei einem Todesfall inszeniert worden ist und was bei David Lynch, Lost Highway, wo es um wiederum ein Mord geht, dann handelt, dann sollte ich davon wissen, dass der Regisseur sicherlich weiß, wovon die Band da redet, oder? Also, Rammstein, ein Mensch brennt, Fleischgeruch liegt in der Luft, ein Kind stirbt. Ja, das ist wirklich so. Da ist ein ungeborenes Kind gestorben bei Rammstein mit einem M bei dem Unglück. Ein Flammenmeer, Blut gerinnt auf den Asphalt, Mütter schreien. So, Entschuldigung bitte, aber da muss ich doch die Band nicht mehr behandeln, oder doch? Muss ich nicht, ne? Massengrab. Kein Entrinnen, kein Vogel singt mehr, Rammstein, die Sonne scheint. Herzlichen Glückwunsch. So, soviel zu Rammstein. Wenn das jetzt immer noch nicht reicht, dann gehen wir in das Lied, damit ist, das ist eine Opferung, ne? Ein Massengrab, Entrinnen, Blut grint auf dem Asphalt, Mütter schreien, Kind stirbt, Fleischgeruch liegt in der Luft. Da kriege ich, da übersteckt sich meine Stimme, Entschuldigung, da kriege ich die, da kriege ich die Kotze. Entschuldigung, da muss ich doch nicht über Rammstein überlegen im Sinnen und denke, ja, sind die satanisch, sind die dieses, da gucke ich mir ein Lied an und weiß doch Bescheid. Ich meine, das ist ein deutscher Text, da brauche ich ja nichts zu übersetzen, da gibt es kein Interpretationsspielraum, wenn die sagen, guck mal hier, Fleischgeruch liegt in der Luft, ein Kind stirbt. Jemand von euch Eltern? Nächstes Lied, Spiel mit mir, wir teilen Zimmer und das Bett, kommt jetzt nicht vor bei Lost Highway, ist nur ein Beispiel von mir, Brüderlein, komm und sei so nett, Brüderlein, komm, fass mich an, rutsch ganz dicht an mich heran, vor dem Bett ein schwarzes Loch und hineinfällt jedes Schaf. So, größer konnte ich es nicht schreiben. So, Fan von Rammstein, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Fan einer Band, die Pädophilie verherrlicht. Nein, die singen natürlich nur darüber, das sind ja Künstler, die dürfen alles. Ich bin mal gespannt, wie weit denn noch die künstlerische Freiheit geht, in diesen und anderen Ländern. Irgendwann gibt es dann mal echte Geschichten auf der Bühne, wo dann irgendwelche Sachen dann geopfert werden. Mal gucken, wie es dann aussieht. Wahrscheinlich, wenn es die Katze des Nachbarn ist, wird noch keiner was sagen. Man legt die Hemmschelle immer weiter nach oben, bis die Leute sagen, ja gut, das ist halt ein Konzert, wenn du da hingehst, bist du selber schuld. Oder wie? So a la, a la jetzt hier Butter-Clan, wo dann dabei, ja eben da bei diesem Terroristenanschlag in Paris, in dem Club Butter-Clan, eben da auch eine ganze Menge Menschen umgebracht worden sind. Aber wenn man halt eben auf Death Metal steht und dieser Band da eben dann da spielt und dann das Lied auch noch heißt Kiss the Devil, dann kommt irgendwann die Geschichte wirklich wie bestellt, so geliefert. Und damit reden wir hier über Pädophilie. Das ist kein Geheimnis, dass dieses Lied über Pädophilie handelt. Und damit sollte auch wirklich klar sein, welcher Agenda diese Gruppe dient. Abgesehen davon, dass sie natürlich nur sich selber dienen. Also Egoisten sind, ganz klar. Ja, aber wenn man solche ganzen Dinge dann in so einem Text verpackt und damit Geld verdient, ja, man ist ja nicht so, als wenn die da jetzt einen Artikel rausgebracht hätten und da Stellung entgegen beziehen, sondern die spielen damit. Das finden die lustig. Das finden die, auf jeden Fall ist es, in jedem Fall ist es einträglich. Ja, und wenn man sich dann noch die anderen Hauptprotagonisten von Ramsheim anguckt, dann wird die ganze Geschichte auch klar. Also nochmal, das steht hier offiziell auf Wikipedia drinne. Spiel mit mir. Der Song Spiel mit mir handelt vom sexuellen Missbrauch eines Jungen durch seinen älteren Bruder. Da der Ältere dabei nicht einschlafen kann, bittet er seinen Bruder, ihn zu befriedigen. Also, wie groß, wie rot, wie fett, wie laut, muss ich dann noch so etwas zu sagen. Das ist Pädophilie. Es ist eine Band, die Tod und Pädophilie verherrlicht. Und ich gebe es zu, ich habe vor 10, 15 Jahren, wo ich in gewissen, ja, mit gewissen Menschen noch zu tun gehabt habe, da habe ich die Musik auch gehört und habe mir da erstmal nichts bei gedacht, bis ich natürlich heutzutage jetzt auch einen ganz anderen Kenntnisstand habe. Da habe ich damals auch gedacht, naja gut, fass mich an, damit ich besser schlafen kann. Aber irgendwann später, wenn man da mal wirklich mal hintersteigt, da sagt man also hier, stopp, das geht nicht. Das geht nicht. Das könnte dein Kind sein. So lange ist es bei mir noch nicht. Und ich war auf zwei Konzerten von Rammstein. Einmal in Holland, wo ich hingefahren bin mit meinem Sohn. Und einmal hier auf einem Konzert in Werchter. Das ist ein Open Air Konzert. Über drei Tage oder was, wo die aufgetreten sind. Und ich habe jedes Lied von denen mitgebrüllt, wie ein Geist ist Kranker. Ja, Geist ist krank. Ich war krank im Geist. Hab mich für vollkommen normal beschaut. Und jetzt erst wird mir bewusst, was ich da gemacht habe. Und dasselbe mit den Liedern von Guns N' Roses, wo ich ein riesiger Fan von war. ACDC, wo ich ein riesiger Fan von war. Und Eminem, der im Grunde allem diesen die Krone aufsetzt mit seinen Liedern. Muss man mal ganz ehrlich eben sagen. Kim und Slim Shady und was war eh nicht alles. Wenn man dahinter guckt, was das für Texte sind, da fällt einem eigentlich nichts mehr zu ein. Heute schüttel ich mich davor und kann ich gar nicht begreifen, dass ich das mal gut fand. Aber die Lieder kommen dann auch mit einer Melodie, die zieht dich da so rein. Und das ist genau das Gefährliche. Das ist etwas, was wir in dieser Musikagenda viel zu wenig besprochen haben. Die Musik. Es gab ein paar Aufnahmen, vor allen Dingen während Pink Floyd und sowas, wo du da drauf eingegangen bist, auf die Töne, die gebraucht werden. Und auch bei Peter Gabriel war das, glaube ich, bei ein paar Liedern. Wer hatte das Ludwig-Song Lucifer, da er das im Monitor war? Peter Gabriel, ne? Das war Alan Parsons Project. Alan Parsons Project, ja genau, der wärtige Jan, den ich gerade denken musste. Wir haben viel zu wenig die Musik an sich analysiert. Ich meine, deswegen sage ich immer wieder, wir kratzen hier eigentlich nur an der Oberfläche. Jörg, es liegt ein 400-Seiten-Skript seit drei, vier Monaten hier bei mir fertig. Und ich kann es erst in sechs oder ungefähr, wir brauchen noch sechs bis acht Folgen und dann geht das volle Pulle damit los. Das ist alles wirklich geplant. Ich kann mich da absolut beruhigen. Aber es geht nicht schneller. Es geht ja gar nicht darum, mich zu beruhigen. Es geht auch nicht darum, irgendwas schneller zu machen. Ich wollte nur sagen, wir sind 105 Folgen weit und wir haben das noch nicht mal angesprochen. Damit will ich ja nur sagen, das ist so tiefgehend, diese ganze Agenda. Und selbst wenn wir das noch besprechen, dann gibt es noch andere Level, an die wir auch noch nicht rangekommen sind. Und an die wir auch oftmals gar nicht rangehen können. Aus bestimmten Gründen. Alleine wenn wir jetzt hier sagen, das Lied Spiel mit mir handelt von Pädophilie. Wenn du das einem Rammstein-Fan sagst, dann kriegst du auch die Fresse. Und zwar ganz gepflegt. Weil der das nicht akzeptiert. Dann weißt du ja, in welchem Geist er ist. Natürlich, das weißt du sowieso. Aber du musst dir ja nur wie die Leute angucken, die ja Grammstein-Fans sind. Ich meine, ich sah ja noch zu Anführungszeichen normal aus. Und mein Sohn ja auch. Aber naja, jetzt versteht man vielleicht auch, warum ich mit meinem Sohn keinen Kontakt mehr habe und warum der sich bei mir nicht mehr meldet. Weil er ist in diesem Geist absolut drin. Von morgens bis abends diese Musik eben auch Rammstein. Und ja. Schau mal, es steht auf Wikipedia bei der Albumbesprechung drin. Also es gibt da nichts, was da jetzt geheim wäre, wofür man jetzt diese Sendung machen müsste. Es steht ja überall drin. Es gibt einige Lieder, die sie gemacht haben vom sexuellen Missbrauch. Auf der letzten, auf der, ich glaube, vorletzten Platte. Die haben wir inzwischen schon neu herausgebracht. Dort ist dieses Amerika-Album und danach hattest du noch eins. Da war auch irgendwas mit Wien oder sowas. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Titel. Das war auch ein pädophiles Lied. Wir haben einige Dinge, die damit über diese Dinge behandeln. Jedes Lied bei denen hat einen absolut satanischen Text. Absolut. Und zwar in your face. Aber das Problem ist, das ist so in your face, dass wir schon gar nicht mehr wahrhaben wollen. Dass wir sagen, das kann doch nicht. Die müssen doch was anderes meinen. Die müssen doch einfach nur Kunst machen und darüber singen. Das kann doch nicht sein, dass sie das verherrlichen. Doch, das tun sie. Die wollen doch nur spielen. Ja, genau. Ja, okay. Ich hatte meine fünf Minuten. Machen wir weiter. Nee, du grüßt jetzt nochmal fünf Minuten. Ah ja, dann wollte ich gerade sagen, da muss ja ein gelber Text kommen. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde, denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben gehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Ja, vielen Dank, Jörg. Das war echt nötig. Also bei solchen Sachen, die wirklich in Deutsch auch noch so klar sind, wie klar sollen wir die Sendung noch machen. Und wie gesagt, diese Band wird verherrlicht von David Lynch, also war promotet von David Lynch in dem Film Lost Highway, wo Rammstein Rammstein singen und damit auch dieses Blutbad besingen. Und dieser Film handelt um Mord. Ganz klar. So, wir sind immer noch nicht weiter mit unserem Lost Highway. Da sind wir eine ähnliche Szene, aber von Bon Jovi. Lost Highway, guck mal hier, da springt jemand auf den Zug. Also nicht auf den Zug, aufs Auto eigentlich. So, selbe Szene am Tag. Ja, Lost Highway. Was sehe ich da hinten? Ich sehe nichts. Ich sehe eigentlich nur den Himmel. Ich sehe einfach nichts da und fahre da jetzt und sehe da noch eine Sonnenbrille und sehe keine Menschen. Ich sehe dieses Auto und sehe eben diese Schnellstraße. Gut. Gucke ich mir an. Was ist denn das? Also, Lost Highway ist eine Geschichte von Bon Jovi und der Typ heißt John Bon Jovi, deswegen heißt die Gruppe wohl auch Bon Jovi und das ist eben ein Stück aus dem 21. Jahrhundert allerdings schon. Das kann man sehen. Also, das ist schon weitergetragen. Dann gucken wir uns doch mal die Lyrics an von Lost Highway von Bon Jovi. Nicht von David Lynch. Von Lost Highway von Bon Jovi. Bevor wir in den Film mit David Lynch gehen. Okay. Hey, 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 hey. Gibt noch nicht so viel. In meinem Rückspiegel, also das, was hinter mir liegt, also meine Vergangenheit in dem Moment, ist also so, das Leben ändert sich, man wird erwachsen, man wird alt oder gehen hier auf die Straße. Oder man geht eben hier auf die Straße. Gut. So ein Untergang wird dann halt schon benutzt. Damit sind wir schon in der Dunkelheit. Mit meinem Plastikarmaturenbrett Jesus. Das heißt, Jesus hat hier in irgendeiner Art und Weise musste Jesus hier reingewirkt werden. So sieht das für mich zumindest so aus. Weil es wäre ja für den Inhalt der Geschichte völlig uninteressant, was auf dem Armaturenbrett da steht. Da könnte auch ein Wackeldackel stehen. Hätte jetzt erstmal keine große Bewandtnis. Es geht sich ja um die Reise, um den Highway und um das Ziel überhaupt. Es geht sich ja jetzt hier nicht darum, was an Devotionalien jetzt irgendwo mitkommt. Aber Jesus musste irgendwie benannt werden hier. Deswegen hat man hier meiner Meinung nach eben diesem Plastikarmaturenbrett Jesus bemüht. Der Herr möge mir verzeihen, dass ich seinen Namen jetzt in so einem ätzenden Kontext nehme, aber ich zitiere jetzt hier. So. Gas geben auf dieser verlorenen Autobahn gibt es keine Bremse. Das heißt, bist du einmal da drauf, gibt es keinen Weg zurück. So und deswegen habe ich auch in der letzten Folge eben diese Apostelerzählung da oder diese Erzählung da benutzt über diese verlorenen Straße mit den Heiden. Draußen auf dieser offenen Straße, wo es geeinigt darum geht, der Lost Highway führt letzten Endes ins Jenseits. Darum geht es ja auch in dem Film hier. Es geht ja auch um die Exekution von diesem Menschen, der diesen Mord begangen hat. Geht es sich ja um den ganzen Film, geht es sich ja einmal aus dem Mord. Damit geht der eine Mensch, geht schon mal, der ermordet wird, geht eben von der physischen Existenz, die verschwindet komplett und der geht dann letzten Endes dann in die, ja, in die nicht physische Existenz, wollte ich schon sagen. Auf jeden Fall verschwindet diese Existenz hier, genau wie jemand, der auf einem Highway fährt und der irgendwann nicht mehr zu sehen ist, weil er am Horizont verschwindet sozusagen. Machen wir mal weiter. Also das gibt ja noch nicht so viel her. Ich wollte halt nur die Reminiscenz sehen. Guck mal hier, guck mal da. Bei Bon Jovi wird sogar Jesus bemüht bei dem Lost Highway. Das ist ja schon mal interessant, ne? Schutzpatronen der einsamen Seelen. Religion wird benannt, eine halbe Tankfüllung, Radio aufdrehen, also damit ist schon die Beeinflussung da. verlorene Autobahn. Ja, man lässt einen ganz großen Interpretationsspielraum, aber wir haben es ja nur als Nebenkriegsschauplatz hier benutzt Bon Jovi. Also, Lost Highway scheint interessanter Titel zu sein. Naja, das ist jetzt nochmal dieselbe Geschichte, aber das ist jetzt eben das, was eben jetzt hier einbenannt wird bei diesem Film Lost Highway. Als der Saxophonist, um den geht's, Fred Madison vor seinem Haus ein Video findet, auf dem Außenaufnahmen seines Anwesens zu sehen sind, fühlt er sich bedroht. Nach und nach tauchen immer mehr Videos auf, die von Mal zu Mal länger sind und ihr Geschehen plötzlich auch das Innere des Hauses verlagern. Im letzten Video dreht plötzlich seine blutüberströmte Frau Renée im Bett liegen. Der Song Lied zu den Sirenen, das sind diejenigen, die die Bootsleute verführt haben, man erinnere sich an Odysseus, ist dreimal in diesem Film zu hören. Eine Sirene ist eine mythologische Kreatur, die eben versucht, Seeleute mit Musik und Gesang an die Küste zu treiben, dass sie dann also schiffbrüchig werden und so weiter und so fort, als Symbol der Ursprungskraft der Frauen über die Männer, also die Verführung, die Verführung zu benutzen. So, Spurensuche im Lynch-Universum. Der Mystery Man, jetzt geht's nämlich genau los über diese Geschichte, die wir da letztens mal benannt haben, über diesen Protagonisten, der eben da so eine Art Mephisto spielt mit dem Mystery Man. Und ich will jetzt eigentlich gar nicht den ganzen Film erklären, weil das ist jetzt, für uns ist eigentlich nur die Szene jetzt interessant. Ja, es geht nämlich jetzt, wenn man 100 Sachen hat, dann hat man 102 verschiedene Möglichkeiten der Interpretation. Es wird aber hier benannt, guck mal da, ja, Unterstützung bekommt er von einem mysteriösen Mann, der mit seinem bleichen Gesicht an die Figur des Mephisto in Goethes Faust erinnert. Guck mal, da hat jemand dieselben Reministenz wie ich oder wir auch. Doch ein Pakt mit dem Teufel geht selten gut aus, selten ist hier grün gestrichen, kann man auch direkt sagen, geht nie gut aus. Das ist verkehrt, wenn man das schreibt. Ein Pakt mit dem Teufel hat immer die, die Aufgabe der des ewigen Lebens zieht das mit sich. Deswegen geht das nie gut aus. Selbst wenn man hier 80 Jahre in Saus und Braus lebt, im Gegensatz zu einem ewigen Leben ist das ein Hühnerdreck. Gar nichts. Null nennt nada nothing. So, also ein Pakt mit dem Teufel geht nie gut aus. Gehen wir mal weiter. Der Film endet so, wie er angefangen hat, mit seiner rasanten Kamerafahrt über einen nächtigen Highway. Ja, so. Und die ganzen anderen Sachen, die er gemacht hat, dieser Lynch und so weiter, das ist alles nur Zeitsprünge, Querverweise und so weiter, das ist das, womit die Leute in den Irre geführt werden. Und ich versuche jetzt mir so ein bisschen eine Aufklärung mal zu machen, was es mit diesem David Lynch denn eigentlich auf sich hat. Wir haben jetzt die ganze Zeit ja schon Twin Peaks gehabt. Wir haben Twin Peaks Firewalk mit mir gehabt. Jetzt haben wir hier Lost Highway. Wann hört es denn mal auf mit David Lynch? Gar nicht. Der ist immer noch dran. Aber machen wir mal weiter hier mit dem Lost Highway, weil das ist viel zu interessant. Gerade für uns als Christen. Es geht darum, hier Jesus Christus den Menschen zu erklären. Und das kann man ganz einfach machen in dieser Welt, indem man einfach schaut, guckt mal hier Leute, so funktioniert die satanische Welt. Und wenn es Satan gibt, gibt es Gott auch. Also wir machen es mal so rum. So, es gibt ein Lied von Leon Payne, Lost Highway 1948. Dieses Lied wird maximal gecovert. Ja, und unter anderem auch von George Jones. Ja, und so weiter und so fort. Und unter anderem auch von den Menschen, den wir da unten sehen, mit der Mann mit der munter Monika. Der heißt übrigens Dylan. Und der heißt mit Vornamen nicht umsonst Bob. B-O-B. Ja, von hinten wie von vorn. So wie Anna. Aber Anna kann nichts dafür. Aber Bob ist halt einfach die Abkürzung von Robert. Oder wie Italiener sagen würden, Roberto. Ja, und er sagt hier, ich bin ein rollender Stein. Und damit sagt er, ich bin Jesus Christus. Ich habe in meinem Taxi einen Namen anhängen, also da steht auch Bob drauf. Ja. Ganz groß in gelb. Weil hier in Flandern wird immer eine Reklame gemacht für den verantwortlichen Chauffeur, der beim Ausgehen von einigen Leuten derjenige ist, der den ganzen Abend nichts trinkt und dann eben sicher die Leute nach Hause fährt und der heißt eben Bob. B-O-B. Ich hatte letztens jemanden vom Flughafen geholt, eine Inderin oder so und die hatte sich dann mit ihrem Namen vorgestellt und meinte, von schön, Sie kennen sie lernen, Bob. Und dann habe ich ihr erst mal das System erklärt und gesagt, dass ich einen ganz anderen Namen hatte. Ja, die dachte, ich hätte meinen Namen in den Autoschlüssel gemacht. Das ist ja auch nicht gerade so verkehrt gedacht von ihr, aber Bob hat also viele Reminiszenzen. Also hier in Flandern steht das für den verantwortungsvollen Chauffeur, der nichts trinkt. Ja, ist auch okay. Haben wir ja auch kein Problem mit. Das geht sich jetzt nur um Kulten damit, dass man eben gerade solche Wörter benutzt oder solche Kulten benutzt, wo jemand anders sagt, ja, wieso das soll nur Namen? Geht jetzt hier um die satanische Musik oder Medienagenda, da sind halt die Dinge ein bisschen anders als das, was man so vielleicht im normalen Leben hat, weil man da halt dann drüber liest. Deswegen versuche ich es zu erklären. Ich würde es ja nur mal einfügen als Kuliner. Ja, das ist sehr schön. Wie gesagt, also Bob, klar, es gibt auch Leute, die heißen Robert und können da auch nichts für. Also die sind natürlich hier nicht gemeint. Ich spreche jetzt nötig nicht die Menschen an, die einfach hier zu heißen. Ich spreche jetzt einfach das an, was jetzt hier benutzt wird als Abkürzung oder als Synonym, als Zeichen, als wie auch immer. Also wenn er jetzt schreibt hier oder wenn er jetzt singt jetzt hier, ich bin ein Rolling Stone, dann heißt es ja normal so ungesprachlich, ja, ich bin so ein Rumtreiber. Ja, so erkennt er das hier von The Temptations. Papa was a Rolling Stone. Papa war ein Rumtreiber. Wherever he laid his head was his home. Wo immer er seinen Hut niedergelegt hat, da war sein Zuhause. Also Rolling Stone heißt ja eigentlich Rumtreiber, aber eigentlich hieße das biblisch gesprochen eben der Stein des Anstoßes sozusagen. Der hat eben dann diese Metallmann-Figur aus Daniel 2. Dann da hat er der Gott. So, das habe ich ja schon mal in so einer Glamrock-Geschichte erklärt. So, und es geht hier darum, dass er jetzt hier schreibt oder dass jemand, der diesen Text geschrieben hat, jetzt hier schreibt. Ich bin ein Rolling Stone. Ich bin ein Rumtreiber. Ich bin ein Rollender Stern, wie auch immer. Komplett alleine und verloren. Oh, das Leben der Sünde. Ich habe den Preis bezahlt sozusagen. Und wenn ich dann weggehe, also wenn ich dann jetzt hier mich verabschiede in dieser Welt, ja, dann sagen die Menschen, ja und, es ist ein anderer Typ auf dem verlorenen Highway, auf der verlorenen Schnellstraße. Das heißt, hier ist schon mal mit ausgesagt, dass die verlorene Straße eben genau der Weg in die Verdammnis ist. Deswegen auch Lost, L-O-S-T. Ich kenne jetzt die gleichnamige Fernsehserie nicht. Ich habe mich da nicht mit beschäftigt. Bitte keine, ihr könnt mich da gerne zu fragen. Ich kann aber nichts dazu sagen. Da müssen wir mich erstmal beschäftigen. So. Turn it on, Mr. Turner. Also mach es mal lauter, drehe mal weiter und so weiter und so weiter und so fort für eine Kartendeck, ja, und einen Schuss oder eine, was weiß ich, Flasche von Gin, ja, und für die Lügen einer Frau, ja, wurde diese Straße der Verdammnis oder diese Straße der Sünde erbaut. Ja, und damit wissen wir schon, Lost Highway ist die Straße in die Verdammnis. Ja, ganz einfach eigentlich. And the woman's lies. Ist das nicht eine Umdrehung der Tatsachen, dass die Schlange zur Frau gelogen hat anstatt umgekehrt? Ja, das ist immer sehr interessant, weil da könnte es genauso gut, da kannst du genauso gut sagen, und eine Frau lag. Ja? Ja, okay, ja, komm. Es ist schon interessant, also klar, natürlich. Das ist genau wie Peter Gabriel, der sagt, dass all the women, the men come out the women oder so was. Also das ist, das hatten wir auch schon mal bei einer Folge von Peter Gabriel. Wird natürlich alles rumgedreht, ne? Ja, du hast vollkommen recht, ja, klar. Ja, so, auf der nächsten Seite steht jetzt hier, nimm mein Rat, take my advice, ja, oder aber du verfluchst den Tag und du bezahlst den Preis zweimal auf der Straße der Verdammnis. Das ist Lost Highway, ist oben ausgesagt as the road of sin und dann letzten Endes auch ausgesagt hier, all the people say just another guy on the lost highway, the life of sin und so weiter und so fort. Also damit ist klar, dass es dann für die Straße der Verdammnis ist. Das ist ja das, was auch letzten Endes dann die Bibel aussagt, ne? Die Straße der Heiden, die Straße der Verlorenen. Lost Street, Lost Highway. Highway ist eben da, wo es dann noch schneller geht als auf der normalen Straße, ja? Und Highway, wo geht denn der Highway hin? Ja, high, up in the sky. Also, ne? Hier sei ja 1412, aber mal die andere Richtung, sozusagen. Also nicht von unten nach oben nach unten, sondern von unten nach oben, ne? So, gehen wir mal weiter im Text mit Lost Highway. Bis zum nächsten Bild. Also das ist nämlich mein schön gebautes Video, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt habe ich das perfekt geteilt mit den ganzen Untertiteln und so weiter und so fort und dann kann ich es nicht zeigen. Ganz klasse. David Bowie kommt hier rein mit einem wahnsinnigen Bass, mit einem extrem aggressiven Staccato von Gitarre, Liedgitarre, ja? Mit einem extrem harten metallischen Klang, das aus sich so anhört wie eine Kreissäge. Ja? Also wie eine Kreissäge, die quasi hier dieses P von Pullman von oben nach unten zerdeppert. Das ist ein perfekt für diesen Film choreografiertes Lied. Perfekt, kann ich nur sagen. Ich kann es euch leider nicht vorspielen, ihr könnt es euch aber auf YouTube anhören. David Bowie, I'm deranged. So, was passiert denn da jetzt? Ja, jetzt werde ich euch mal die Aufklärung verraten oder zumindest meine Interpretationsebene verraten. So, wir sehen, bevor das Meeting stattfindet hier, bevor the meeting takes place, ja, da seht ihr eine Party, wo dieser Mensch, dieser Hauptprotagonist, der ja schon seine Frau ermordet oder noch ermordet hat oder schon ermordet hat oder noch ermorden wird, auf einer Party hier etwas trinkt. So, und so fängt die Szene an und das sieht jetzt erstmal völlig unverdächtig aus und in der nächsten Szene seht ihr dann, dass da jemand die Szene betritt sozusagen und das bedeutet jetzt folgendermaßen, meiner Meinung nach, der David Lynch wird uns erzählen, ja, das ist ein Zeitsprung, der Typ, der träumt das, das ist seine Vorstellungskraft, das ist seine Vorstellungswelt, da ist er schon im Gefängnis und das träumt er alles. Ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Die Meinung ist, warum fängt diese Szene mit dem Trinken von Alkohol an? Und warum ist diese Szene in schwarz-weiß? Entweder sind sie alle schwarz gekleidet und die Wänder sind weiß, der Pullman selber ist mehr oder weniger weiß gekleidet und der Fußboden ist ein Schachbrett-Fußboden, wie man da unten links sehen kann. Also ich fange mal, ich fange jetzt mal an und zwar mit dem Trinken von Alkohol, das heißt, der Typ ist high, ja, der steht unter Drogen, das, da braucht man, da kann man das in alle, Leute sagen ja, wieso der trinkt doch nur was auf einer Fete. Ja, aber genau diese Szene fängt genau damit an mit dem Trinken von Alkohol. Das heißt, mit einem anderen Bewusstseinszustand, mit einem Rauschzustand unter Umständen, ja, der ist ansprechbarer, weil er eben alkoholisiert ist. So, und genau in diesem Moment, wo er das trinkt, betritt dieser Mann die Szene und als diese Szene dann aufploppt, schwenkt die Kamera ganz kurz auf den Bill Pullman zurück, was ihr jetzt nicht seht hier und der guckt in sein Glas. Und damit ist meiner Meinung nach klar, es hat was mit diesem Alkohol zu tun, das ist dann quasi so der Trigger und damit ist klar, dass es irgendetwas passiert auf einer sozusagen, auf einer etwas höheren Ebene, weil der Mensch entweder high ist oder betrunken ist oder zumindest aufmerksamer ist, wie auch immer. So, es kommt ein Extrem, die ganze Musik blendet aus, ja, rabbe die Katz, uff, und es kommt ein extrem bedrohlicher Basston, also kann man sich gar nicht vorstellen, wenn eine gute Anlage hat, wackelt der ganze Raum. Also man merkt direkt, zack, ja, der ganze Raum existiert nicht mehr, kein einziges Gespräch, keiner guckt ihn an, die Gestichter drehen sich alle weg, nur die beiden haben miteinander einen Dialog. Der Dialog beginnt, ja, wir sind uns schon mal begegnet, nicht. Das sagt der sogenannte Mystery Man. So, die Reaktion von ihm? Ich glaube nicht. Wo meinen Sie denn, dass wir uns getroffen haben? Bei Ihnen zu Hause, erinnern Sie sich nicht mehr. Das müssten wir eigentlich auch mit vertauschten Rollen spielen, Jörg, ne? Möchtest du den Guten lesen oder ich den Bösen oder umgekehrt? Es ist mir egal, welche Rolle du mir zugibst hier. Ich muss da immer den Bösen spielen hier. Ich muss da, ich habe da diese Agenda ins Leben gerufen. Also da, da fange ich mal an ganz oben und sag mir jetzt einfach meinen Text, ja, und sag jetzt jemand, Entschuldigung, liebe Zuhörer, wir können es ja nachher rausschneiden, aber es fällt mir gerade eines. Es macht das Ganze doch ein bisschen griffiger. Wir sind uns schon mal begegnet, nicht? Ich glaube nicht. Wo meinen Sie denn, dass wir uns getroffen haben? Bei Ihnen zu Hause. Erinnern Sie sich nicht mehr? Natürlich. Ich glaube nicht. Das natürlich wäre eigentlich deins gewesen, ne? Ja. Natürlich. Ich glaube nicht. Shit. Wir sind keine guten Schauspieler, wir sind Christen. Wir können das nicht. Wo meinen Sie denn, dass wir uns getroffen haben? Das fragt er schon wieder. Das war schon zum zweiten Mal. Ja. Okay, ja, das ist falsch kopiert hier. Tatsächlich bin ich gerade dort. Was meinen Sie mit gerade dort? Bei Ihnen zu Hause. Das ist völlig verrückt. Ruf mich an. Wähle deine Nummer. So, da seht ihr jetzt, der Bill Pullman, der wählt jetzt diese Nummer, ja, und der hat eine komische Tätowierung auf der Hand. Und das ist ein Fermate. Das ist ein Zeichen aus der Musik, ein Ruhezeichen, in Form einer offenen Parabel, mit Punkt in der Mitte, über der Note oder Pause. Und er ist in diesem Film ein Saxophonist, ein Musiker. Das wird hier nochmal dafür betont. Also bevor jemand sagt von wegen, oh, der hat da ein Symbol vergessen und so. Nee, hat er nicht. So. Geht weiter. Mach schon. Und jetzt kommt die Stimme nämlich aus dem Telefon. Ich habe dir doch gesagt, dass ich hier bin. Wie haben Sie das gemacht? Frag mich. Wie sind Sie in mein Haus eingekommen? Sie haben mich eingeladen. Es entspricht nicht meiner Gewohnheit, dorthin zu gehen, wo ich nicht willkommen bin. Wer sind Sie? Geben Sie mir mein Telefon zurück. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Und wo er jetzt lacht, da hört er die Stimme aus dem Telefon zeitverzögert, also fast gleichzeitig. Das heißt, er ist gleichzeitig mit ihm am Reden und der Typ ist gleichzeitig am Telefon. Wie kann das sein? Es ist eine extrem bekannte Szene für alle Leute, die Lynch kennen. Es ist eine absolute Highlight-Szene. Und er sagt von wegen, David Lynch wird immer behaupten, von wegen, ja, das ist ein Zeitsprung. Das ist letzten Endes dann etwas, was sich in seinem Kopf abspielt. Ich sage, das ist etwas ganz anderes. Ja. Und zwar, Satan sagt, ruf mich an. Bete mich an. Genau. Das ist nämlich genau dieses Kürze. Ja, ruf mich an heißt ja, du rufst jemanden an. Aber du kannst auch genauso gut einen dämonischen Engel oder wie noch immer anrufen. Aber dann ist es eben, dieses Telefon ist dann eben nämlich genau die Geschichte, die es dann halt für den normalen Menschen für dich unauffällig macht. Das ist ja nur das Portal, nur das Medium dazu. Richtig, richtig, genau. Und das ist ein Telefon, ja, das ist wie eine Teleportation. Das heißt, man hat das dann auf einer ganz anderen Ebene. Genau wie ein Fernseher. Tele-Vision, Tele-Vision, So, und deswegen gibt er ihm auch sein Telefon. Jetzt hast du mir noch einen Grund gegeben nebenbei, ohne es zu verstehen, warum ich nicht auf Telegram bin. Ja, aber deswegen gibt er ihm auch sein Telefon, er holt ihn auf seine Ebene, ja. Das ist die Geschichte dazu. Er holt ihn auf seine Ebene und er sagt, ruf mich an. Jemand, der sich nicht mit der Bibel auskennt und mit Dämonen auskennt, versteht diese Szene nicht. Tele heißt fern. T-E-L-E heißt fern, ja. In der Ferne, fern, weit weg, ja. Und deswegen ist eben Telefon dieses Medium, ja. Und Telefon heißt, Tele heißt fern und Phon heißt eben Stimme, Sprache. Also die Sprache aus der Ferne. Aber deswegen ist das doch früher Fernsprecher. Genau, genau, ja, ja. Das hat schon seinen Grund. Genau. So, und er ist jetzt gleichzeitig in seinem Haus. Was heißt das? Ja, für mich heißt das was ganz anderes. Für mich heißt das, dieser Typ ist in seinem Kopf. Er lässt sich ja, guck mal, in dem Moment, wo der Bill Pullman sein Telefon greift, lässt er sich schon auf den Handel ein. Er könnte ja von vornherein sagen, du bist ein Spinner, mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber er ist ja sehr neugierig. Er geht darauf ein, was der andere ihm anbietet und der andere behauptet, ich bin gerade schon da, ich bin gerade in deinem Haus drin und so und so weiter und komm hier, ruf mich an. Ja, und gibt ihm das Telefon. In dem Moment, wo der andere das Telefon greift, ist der Deal gemacht. Es ist genau wie bei Phil Collins in The Air Tonight, wenn Phil Collins die Klinke runterdrückt und das Licht reinströmt in der offenen Tür und der Deal ist perfekt. Ja, es mag für den einen oder anderen, der die Serie ja nicht gewohnt ist, vielleicht ein bisschen überinterpretiert sein, aber im Endeffekt ist es dann so, es ist ganz klar, wer ist hier, der Mystery Man, der ist nicht der Mystery Man, er ist Satan. Er ist zumindest ein Diener Satans, drücken wir es mal so aus. Und vor allen Dingen sagt er hier noch etwas. Er ist in seinem Haus drin, er ist quasi seinem Kopf hin, er hört ihn ja in seinem Ohr, wenn er sein Telefon, mit dem Telefon des Teufels zu tun hat, mit der ferne Stimme, er hat die ferne Stimme Satans in seinem Kopf drin. Das wird damit ausgesagt, dass er das Telefon von diesem Satans Darsteller am Ohr hat. Das heißt, er hat die Stimme Satans im Kopf. Das ist damit ausgesagt, meiner Meinung nach. Ist ja gar nicht so weit hergeholt. Oder auch, dass man sagen könnte, dass der Geist von Satan bei ihm reingeht. Ja. Und er fragt jetzt ganz erstaunt, wie sind Sie denn in mein Haus reingekommen? Also wie sind Sie denn in meine Privatsphäre reingekommen? Sie haben mich doch eingeladen. Sie haben doch mein Telefon genommen. Ja, nicht nur das. Er setzt ja noch einen drauf. Er sagt ja auch noch, es entspricht nicht meiner Gewohnheit, dorthin zu gehen, wo ich nicht willkommen bin. Sollen wir das mal auf der Bibel übersetzen? Dann heißt das, es entspricht nicht meiner Fähigkeit, zu einem Christen zu gehen. Ich kann nur dahin gehen, wo ich willkommen bin, wo ich eingeladen werde. Ja. Wo man mich mit offenen Armen und offenen Fenstern und offenem Geist empfängt. Genau. Deswegen ist das eine absolute Schlüsselszene, die ich unheimlich gerne zeigen würde, was ich nicht darf. Aber ihr könnt euch diesen Film, weil diese Szene immer noch im Internet anhören, allerdings dann nur in Englisch. Ich wollte gerade sagen, du hast das doch in der englischen Dinge, habe ich das doch gesehen. Es entspricht nicht meiner Gewohnheit. Diese lange Sendung von dir? Nee, nee, das ist Phil Connors. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Nee, nee. Aber das ist jetzt hier Lost Highway und das ist eben die Geschichte mit dem sogenannten Mystery Man, der natürlich überhaupt nicht mysteriös ist, weil er klar ist, wer er ist. Ja, nur die Szene mit dem Telefon und mit dem Eingeladen verstehen die Menschen nicht, die die Bibel nicht lesen. Ja. Und auch die nicht im Okkulten sind. Und deswegen würde ich das so auflösen, dass ich sage, wenn er schon sagt, es entspricht nicht meiner Gewohnheit, dorthin zu gehen, wo ich nicht willkommen bin, ja, dann stellen wir den Satz einfach um. Und dann heißt der Satz nämlich, es entspricht meiner Gewohnheit, ja, ich bin gewohnt, dorthin zu gehen, wo ich willkommen bin. So. Und damit sagt er dem anderen, du, pass mal auf, ich bin bei dir reingegangen, in dein Haus, in deine Privatsphäre und du hast meine Stimme im Kopf, weil ich bei dir willkommen bin, weil du ein Mörder bist. Johannes 8,44, Jörg. Steht jetzt hier nicht drin, aber ist doch klar, ja. Ein Menschenmörder von Anfang an und der Vater der Lüge. Und er sagt jetzt hier zu ihm, der Teufel sagt zu einem Menschen, einem Mörder, der entweder morden will oder schon gemordet hat, das spielt jetzt hier nicht die Rolle, ja, es entspricht meiner Gewohnheit, ich bin gewohnt, dorthin zu gehen, wo ich willkommen bin. Ja, dazu hat Jesus doch gesagt, dass man bereits ein Mörder ist, wenn man in Gedanken seinen Bruder umbringt. Glaube ich. Ja, da man halt schon Unzucht betreibt, wenn man nur eine Frau anguckt. Ja, genau, in demselben Sinne. Also ich muss im Grunde nicht daran denken, dass ich jemand anderes so tue, dann bin ich im Grunde in meinem Herzen schon ein Mörder. Und in dieser Szene oder davor oder was wird diese Hauptdarsteller, dieser Bill Pullman oder so, wahrscheinlich die Gedanken gemacht haben, eben seine Frau umzubringen. Damit hat er im Grunde den Satan eingeladen. Ja. Genau. Und deswegen hört er ihn noch gleichzeitig im Kopf und er kann mit jemand anderem sprechen, der auch von ihm besessen ist zum Beispiel. So, ganz einfach. So, das Thema ist, diese Geschichte mit dem Telefon ist halt einfach nur, er hat die Stimme von Satan im Kopf. Das ist das Ding. Ja, und Telefon ist halt einfach die Stimme von weit weg. Und guck mal, ich habe extra eine Sendung gemacht über Fritz Lang, die Folge Nummer 9, die wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt, hoffentlich schon veröffentlicht ist, wo es darum geht, dass Fritz Lang und Thea von Harbu vor dem Film M, der sich auf die wahren Begebenheiten von den Kindermördern, Fritz Hamann, bezieht, ja, mit Menschen gesprochen haben, die massig, mannigfaltig Kinder umgebracht haben und die davon berichtet haben, sie haben Stimmen gehört im Kopf. und die meisten Menschen denken, das ist Psychopharmaka, das sind Verrückte, das sind Geistesgestörte, ja, aber warum sind die denn verrückt und geistesgestört? Weil die eben mit dieser, von dieser Seite massiv beeinflusst oder besetzt sind. Das ist der Punkt. Und da drehen sich alle Filme von David Lynch drum, oder zumindest die meisten, ja, Twin Peaks handelt über Bob, Bob ist ein Geist, ist ein Geisteswesen. Alles, was sich in der Black Lodge abspielt, ist die Geisterwelt. Es ist eigentlich sowas von simpel. Wenn man es einmal verstanden hat, dass es Geister gibt, dass es Satan gibt, wenn man versteht Lynch überhaupt nicht, wenn man nicht auf dieser Ebene ist mit Dämonen, Geistern und diese ganzen Geschichten, dann versteht man das nicht. Dann denkt man, ja, das ist ein Zeitsprung, das ist ein physikalisches Phänomen, das kann man nicht erklären. Doch, das kann man alles erklären und David Lynch weiß ganz genau, was er da tut. Und viele andere wissen das auch, aber diejenigen, die halt einfach jetzt gewohnt sind, sich berieseln zu lassen oder sich unterhalten zu lassen, sich unten halten zu lassen, die verstehen das nicht und die sagen, das ist alles Spinnerei. Aber das ist alles Kalkül, dass man eben mit den ganzen Sachen spielt und letzten Endes lachen die sich hinter den Kulissen kaputt. Und deswegen, Lost Highway ist ein Film, den muss man nicht unbedingt sehen, weil der sehr blutrünstig ist und weil der sehr verbrochen ist. Aber es sind eben einige Dinge, die an diesem Lost Highway passieren, beispielsweise, dass Feuer rückwärts brennt bei einem Haus. Das habe ich jetzt hier nicht drin, das liegt in dem Skript leider nicht mehr drin, weil das Skript hat eh schon fast 600 Seiten. Ja, rückwärts brennendes Feuer ist satanisch. Genau wie rückwärts gehende Menschen oder rückwärts sprechende Menschen. Es ist alles satanisch. Das haben wir übrigens in der letzten Folge gehabt, wenn ihr euch den Ausschnitt angesehen habt, von Twin Peaks, Fire Walk With Me, wo an dem Moment, wo der David Bowie da die Szene betritt, die Musik rückwärts abläuft. Und damit wird ausgesagt, guck mal hier, Satanismus kommt, böse Geister. Alles wird der Gegenspieler Gottes. Der normale Lauf der Dinge wird umgekehrt. Ich denke, das war jetzt genug Ausflug in Lost Highway. Aber wie gesagt, die Reminiszenz ist erstmal David Bowie, verrückt sein und hier auch der Teufel hat damit zu tun. Das sind wir schon mitnehmen im Okkulten und wir haben jetzt noch einen Bibelspruch dazu, zu dem Verlorensein. Der wäre eigentlich für dich gedacht. Achso, ich hatte mein Mikrofon ausgeschaltet. Entschuldigung. Ja. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Der Weg des Herrn ist eine Schutzwehr für den Lauteren, den Übeltätern, aber bringt er den Untergang. Der Gerechte wird in Ewigkeit nicht wanken, aber die Gottlosen bleiben nicht im Land. Der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit hervor, aber die verkehrte Zunge wird ausgerottet. Die Lippen des Gerechten verkünden Gnade, aber der Mund der Gottlosen verkündet Verkehrtes. Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Die Gerechtigkeit des Unsträflichen ebnet seinen Weg, den Gottlosen aber bringt seine eigene Gottlosigkeit zu Fall. Die Gerechtigkeit der Redlichen rettet sie, aber die Treulosen werden gefangen in ihrer eigenen Gier. Wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren und die Erwartung der Gewalttätigen wird zunichte. Okay, ein letzter Ausflug in Lost Highway. Lost Highway heißt natürlich, du bist auf der Straße der Verdammnis, du hast die Hoffnung verloren und es gibt keine Wiederkehr, die Bremsen funktionieren nicht mehr und du bist letzten Endes auf der Straße in die Verdammnis und damit geht einher, dass in diesem Film es um die Exekution nachher dieses Mörders angeblich geht. Zumindest geht sich da um Mord, also das ist ohne Wiederkehr, das ist nicht mehr umkehrbar und das ist eben damit ausgesagt, Lost Highway ist eben genau der Highway, die Schnellstraße, Highway to Hell, Lost, Lost Angels, die Straße der verlorenen Engel, die Straße der verlorenen Seelen, die eben die Engel mit sich ziehen, weil die Menschen dem Teufel geglaubt haben, was letzten Endes in dem Film ja ausgesagt wird, in dieser Begegnung von dem sogenannten Mystery Man mit dem Bill Pullman. Der Vertrag ist geschlossen, es ist alles akzeptiert, der Mord wird ausgeführt und dafür geht es dann halt für ihn auf den Lost Highway, die Straße ohne Wiederkehr oder halt die Straße ohne Hoffnung zusammen mit den Lost Angels, weil die wissen auch genau, dass ihre Zeit kommt und ihre Zeit irgendwann abgelaufen ist. So viel von mir aus jetzt hier erstmal zu Lost Highway und David Lynch. Aber wir wollen ja mal zurück zu David Bowie und wen sehe ich denn da? Das ist derjenige, der den Song verbrochen hat. I'm Joey, aber der Song selber kommt von Brian Eno und den solltet man bitte, bitte, bitte überhaupt nicht unterschätzen. Ich glaube, wer sich noch nie mit jemandem, nie jemals mit dem beschäftigt hat, der wird denken, ach du liebe Güte, der Typ sieht jetzt nicht nur so aus hier geschminkt wie eine Frau, sondern der Typ hat also ganz, ganz heftiges mit sich. Das kommt jetzt gleich. Wie gesagt, er hat dieses Lied geschrieben. Er hat unter anderem auch das Windows 95 Intro vertoniert. Er ist angeblich einer der besten Produzer, Produzenten und Musiker in der Rock History und er hat seine Karriere mit Roxy Music gestartet. Die Band hat zwei Alben rausgebracht, Roxy Music und For Your Pleasure. For Your Pleasure müsstet ihr kennen. Da sind wir doch wieder bei Brian Ferry und wie hieß er sie noch? Alain Tepp Amandalia Alias Da sind wir wieder ganz am Anfang. Ja. 105 und wir gehen zurück auf 1. Ja, wir sind wieder bei Amandalia und ich kann mich jetzt wieder in den Hintern beißen, dass ich dieses Foto von Amandalia mit diesem schwarzen Panther auf dem Dings nicht da drauf habe. Aber irgendwann wird es glaube ich auch mal zu dolle. So, und es gab da richtig Stress zwischen den beiden Bryans. Ich kann das Bild ja mal eben suchen. Er muss seinen Alan Tepp. Ich kann das Bild ja mal eben suchen, was du meinst. Ja, der heimliche Fan von Roxy Music. Genau, das Bild. Das ist for your pleasure. Für dein Vergnügen. So, und die beiden Bryans haben sich in die Haare gekriegt. Wir reden jetzt hier über Brian Ferry und Brian Eno. Ja, so, und deswegen hat der Brian Eno und Roxy 1973 verlassen und hat dann seine Umgebungsmusik Album gemacht, also Ambient, da macht man so Umgebungsgeräusche und so weiter. Er hat also beispielsweise auch mal so ein interessantes Album gemacht, das heißt Music for Airports, also Musik für Flughäfen. Also so, der Mann ist Spezialist für Hintergrundmusik, man sollte sich darüber nicht täuschen lassen. Es kommt in ungefähr acht Folgen ein Skript über kommt das alles zur Sprache. So, und er hat zusammengearbeitet mit John K. Robert Fripp, ah, guck mal da, das ist mal schon wieder bei King Crimson und Daniel Lanoir und das ist der Produzent von Peter Gabriel. Also, geht schon wieder los. Als Producer hat er gearbeitet mit David Bowie, U2, Talking Heads, Devo und James Lump, wer auch immer das ist. Okay, okay, gut, das wissen wir jetzt schon mal. Aber, und jetzt kommt aber, er hat gesagt, er hat gesagt, den Start abgemacht für Windows 95, interessanterweise auf einem Apple Computer komponiert, das ist ganz lustig, aber das war das Einzige, was wirklich lustig ist. Sein Bruder ist also auch noch Musiker und Composer und er hat also Kunst studiert bei den Ipswich und Winchester und jetzt wird es absolut unlustig. Er sagt, ich bin ein Atheist und das Konzept von Gott ist für mich ein Teil, was ich immer die letzte Illusion nenne. Die letzte Illusion ist irgendetwas, das vor sich geht, aber jeder hat irgendwie seine Illusion. Das ist das, was er uns aussagt. Aber, und jetzt kommt das Aber, aber er heißt nicht Brian Eno, er heißt auch nicht Brian, wollen wir eben gucken hier, Brian Peter George Eno. Das ist nicht sein ganzer Name. Vielleicht schockiert euch das Bild auf der nächsten Seite, zumindest für Symbolik hier. Was ist denn das? I'm deranged? Ich bin gespalten? Die göttliche Stimmgabel oder was? So, und das ist sein ganzer Name. Brian Peter George Saint John Le Baptiste de la Salle Eno. Jetzt müsste bei Jörg alle Alarmglocken ringen. 1948 geworden, britischer Musiker, Musikproduzent, Musiktheoretiker und bildender Künstler. Er gilt als Innovator im Bereich der Musik. Aber wieso kommt er auf den Namen Saint-Jean-le-Baptiste de la Salle? Ich meine, Baptiste ist Täufer, klar. Saint-Jean-le-Baptiste ist der Wegbereiter für Jesus Christus. Aber de la Salle würde dann ja heißen der Schmutzige. Ja, dann guck mal, wer de la Salle ist. Es ist in Englisch. Wir haben ja gesagt, wir machen es in Englisch. Also, Jean-Baptiste de la Salle. Das ist aber französisch, Jean-Baptiste de la Salle. Der Text ist in Englisch, ja. Aber der Name ist ja französisch hier, oder nicht? Das ist doch französisch. Jean-Baptiste, John the Baptist, Johannes der Täufer, der Schmutzige. Ja. Der Salle ist schmutzig, ne? Ja. Und dieser Artikel geht über den französischen Bruder der La Salle-Universität, wo die La Salle-Universität nach benannt ist. Es gibt noch einen französischen Abenteurer, Entdecker und so weiter, der auch René Robert de la Salle heißt. Aber guck mal auf dein nächsten Bild, Saint-Jean-Baptiste de la Salle von den de la Salle Brothers, der Gründer des Institutes, der Brüder der christlichen Schulen. Gegründet, 16, oder jetzt hier, meine Güte, geboren, 1651, gestorben, 1719. Ja, verehrt in der römisch-katholischen Kirche. Was ist denn das FSC, de la Salle Brothers? Ja, wie gesagt, er trägt das im Namen. So, und dieser Jean-Baptiste de la Salle ist ein französischer Priester, ein Erziehungsreformer und Gründer des Institutes der Brüder der christlichen Schulen. Er ist ein Heiliger der katholischen Kirche und der heilige Patron der jungen Lehrer oder der Lehrer für die Jugendlichen. Ja, er wird immer La Salle genannt oder de la Salle genannt. So, und er wird jetzt hier considert, er wird jetzt hier benannt und gleich benannt als der Gründer der ersten katholischen Schulen. Also, Johannes-Baptiste de la Salle war ein französischer Priester, Pädagoge und Ordensgründer, Heiliger. Ja, das ist der Background, ein katholischer Background, der die Kinder katholisch erzieht, Pädagoge, nach dem ist er benannt. Das ist doch mal eine interessante Geschichte. Komisch, dass also genau diese Leute immer so seltsame Namen tragen, so wie so ein User in Bold oder so. Und es gibt da auch noch die andere Geschichte, es gibt da noch die Schwestern des Kinders Jesu, the Sisters of the Child Jesus, das war eine neue religiöse Kongregation, deren Arbeit eben hat so, dass die Sorge für die Kranken und die Erziehung der armen Mädchen, das haben wir auf der nächsten Seite da eben obliegt. Also aus diesem ganzen komischen religiösen Hintergrund ist sein Name benannt. Und diese LaSalle haben ein ganz neues religiöses Institut gegründet, das erste ohne Priester, das Institut der Brüder der christlichen Schulen und so weiter und so fort, aber die haben halt den Menschen quasi ohne Priester, aber trotzdem halt, er wird ja als Heiliger verehrt in der römisch-katholischen Kirche, dann eben die Menschen römisch-katholisches Erziehungsgut, würde ich jetzt nicht sagen, aber römisch-katholische Erziehung halt angedeihen lassen. Es waren die ersten römisch-katholischen Lehrer eines religiösen Institutes, die eben keine Priester bei sich beschäftigt hatten. So wird es ausgesagt. So, und LaSalle hat selber gesagt, der Gott, der uns leitet durch alle Dinge mit Weisheit und Serenity, weiß ich jetzt nicht, hilf mir mal eben aus, bitte, Serenity. Ja, Serenity ist so viel wie, das ist schwierig zu übersetzen, Serene, ehrlich, ruhig, Geduld, was in der Richtung. Okay, gut, ja, und eben dann halt nicht die Person dann hier eben irgendwo unter Druck zu setzen und so weiter, sondern halt so die Schulen halt weiter, die Bildung der Schulen halt weiter zu bringen. Nochmal, das ist Teil des Namens von Brian, Peter, Ino, Saint-Jean-la-Baptiste de la Salle Ino. Also ich kann mir den Namen gar nicht merken, das ist eine Stimme als bei Griesinger. So, und Papst Leo, der 13. hat da etwas mit zu tun im Jahre 1900, das lesen wir auf Seite 490. Ja, und wie gesagt, diese ganzen Geschichten, es scheint damit so zu sein, dass eben der Brian Ino da nicht umsonst so benannt worden ist, sondern dass entweder seine Eltern oder er da auch in irgendeiner Art und Weise von Beeinfluss gewesen ist. Ja, interessant ist hierbei vielleicht eben mal zu erwähnen, geschichtlich, Papst Leo XIII. ist der Papst, der Pio IX, Pius IX, gefolgt ist, ich glaube, 1878, wenn ich mich nicht irre, im Jahr, und ist natürlich damit der erste Papst, der vollständig im Vatikan eingeschlossen war aufgrund der Wunde, die dem Biest ja zuteil wurde, aus Offenbarung 13, wo wir ja wissen, dass das 1866 eingeleitet wurde mit dem Verlassen der französischen Truppen, die den Vatikan beschützt hatten und alle Päpste nach Pio IX, Pius IX, bis Pius XI, 1929, waren ja im Vatikan mehr oder weniger eingeschlossen, weil sie ihre weltliche Macht verloren hatten. Und dann gehen sie natürlich umso mehr um mit ihrer spirituellen, mit ihrer geistlichen Macht, was ja zum Beispiel deutlich war in dem Vatikanischen Konzil von 1870 mit der Erklärung des Dogmas der Unfehlbarkeit. Und auch hier die Kanonisierung, also die Heiligsprechung dieses Menschen unter anderem ist sicher auch ein Resultat dieser sich vollständig auf die geistige Kraft oder geistige Macht konzentrierendes des Antichristen in dieser Zeit, nur mal eben so nebenbei eingeworfen. Ja, und damit ist es doch klar, dass wenn er das im Namen trägt, er auch so erzogen worden ist. So würde ich das doch schon mal sagen. Ja, nicht nur, dass er im Namen trägt, aber es sind natürlich immer auch die Schulen, durch die man geht. Da sind immer so viele Leute, die sagen, wenn einer auf einer Jesuitenschule war, ist er dann ein Jesuit? Ja, er muss nicht unbedingt zum Jesuitenorden gehören, aber von dem Vogel, von dem ich den Gesang beigebracht bekomme, den Gesang singe ich doch später auch, oder? Ja, aber es ist ja auch nicht verwunderlich, dass wenn jemand katholisch erzogen worden ist, so ein ganz seltsames Bild von Gott hat. Ich kann doch immer nur das wiedergeben, was ich gelehrt bekomme. Und wenn ich nur die Lüge und Katholizismus gelehrt bekomme, dann kann ich auch selber nichts anderes wiedergeben. Ist doch logisch. Ja. Und deswegen kannst du mal runterscrollen jetzt hier, Legacy und so weiter. Ja, so, die LaSalle-Universität sagt, dass ihre Schriften eben die Erziehungspraktik sehr stark beeinflusst haben, das Schulmanagement und die Lehrervorbereitung seit mehr als 300 Jahren ist die Geschichte. Da fällt mir nur Ratio Studiorum zu einem Bruder. Ja, ne? So. Und auf den nächsten Seiten ist es so, dass da ein Verweis kam von Wikipedia auf das Saints-Portal, also auf das Heiligen-Portal. Portal, da habe ich mir gedacht, Moment mal, da muss man doch mal eben ganz kurz drauf einschwenken, ein Portal. Ja, was ist ein Portal? Bedeutung? Tor, Zugang, Pforte, Eingang, Ausgang, Information, Dienste, ja, und so weiter und so fort. Und da gibt es eine ganze Menge Rundbogenportale und so weiter und so fort. Aber es gibt auch eine andere Bedeutung von Portal. Das steht auf der nächsten Seite. Ein Beispiel, was die Wikipedia genannt hat, ist, durch ein Portal können wir durch die Zeit reisen, um den Mordfall zu lösen, indem wir die Opfer immer wieder befragen und die Stadt erkunden. Das ist jetzt hier natürlich aus Wikipedia heraus, aus einer Quelle, die ich jetzt hier mal eben suchen müsste. Es geht nur darum, dass eben Portal im Okkulten natürlich dann auch etwas ist, wo ich dann in eine ganze andere Dimension gehen kann. Also mal eben Portal heißt nicht erst nur Tür. Portal ist also dann etwas Größeres, Barockes, Ausgeschmücktes und eben nicht nur eine ganz normale Tür. Wenn wir schon wissen, dass Phil Collins so eine Tür geöffnet hat, dann kann man sich vorstellen, wenn man ein Portal öffnet, was sich Portal nennt, dann ist es noch viel heftiger. Also, Brian Peter George, Saint-Jean-Le-Baptiste de la Salle-Eno, so heißt er nämlich wirklich, ist eben nicht nur ein normaler Mensch, sondern eben auch ein Produzent. unter anderem hier für David Silvian und Peter Gabriel und Nine Inch Nails, ja, so, und David Silvian von Japan und Echo and the Bunnymen und so weiter und so fort. Und er hat da so drei CDs gemacht mit seinem Recording-Projekt Undark, also Undunkelheit, also wieder mal so typische Negativsprache. So, und er hat beispielsweise auch für die Gruppe Japan gearbeitet. Das ist eine Gruppe aus den 80ern, die in England ganz bekannt war und Japan hat ein Album gemacht, das heißt Exorcising Ghost, also Geisteraustreibung. Auf dem Record Label Virgin, da sind wir auf dem selben Label wie Mike Oldfield in den 70ern gewesen ist. Das ist das Cover von Japan, Quite Life, also Ruhiges Leben. Das ist der Mann David Silvian, das ist wirklich ein Mann, also zumindest war er damals einer und der sieht schon relativ seltsam aus und das ist das Cover dazu mit einem Kreuz. Exorcising Ghost, da braucht man ja ein Kreuz zu. Wenn er das nicht glaubt, fragt Peter Gabriel, das ist jetzt ein Sarkasmus. Das ist natürlich völliger Unfug, es gibt keinen Exorzismus. Nur mal so viel dazu, wie viel römisch-katholische Propaganda auf dem Plattencover und auf dem Leedtext und so weiter und so fort ist und das ist natürlich ein absoluter Zufall jetzt, muss ich glauben, dass Brian Inu jetzt damit zu tun hat mit den Leuten. Ja, ja. Also Ghost Japan, ja, ein Leed, was in England, glaube ich, in die Top Ten gekommen ist. So, da gehen wir mal kurz rein, wirklich nur ganz kurz, das heißt in der Mittelzeile, wenn du noch ein bisschen runterscrollst, Jörg, die Geister meines Lebens blasen wilder als zuvor. Da sind wir schon wieder bei dem Fürst der Lüfte, Epheser 2,2. Als meine Chance kam, König zu werden und so weiter, da sind wir natürlich dann schon direkt bei Lucifer genannt, und die Geister meines Lebens blieben wilder als der Wind. Gerade als ich dachte, ich könnte nicht aufgehalten werden, als meine Chance kam, König zu werden und so weiter und so fort. Und da hat man mir dann so einen Strick draus gedreht. Jetzt seht ihr hier mal, wie so ein völlig danebengegangenes Cover aussieht. Das ist eben diese total verzerrte Perspektive, ja, und hiermit wird auch ein japanischer Geist benannt, die heißen Yurei. Habe ich zumindest so gelernt. Ich kann es nicht aussprechen, ja. Yurei sind japanische Figuren in der japanischen Folklore, analog zu den westlichen Legenden von Geistern, ja. Und dieser Name Yurei bedeutet eben Seele oder Geist und so weiter und so fort. Und da habt ihr beispielsweise mal so diese bekannten Illustrationen und so weiter und so fort von Geistern, ja. So. Und dieser Brian, ich kann den ganzen Namen nicht aussprechen, Brian Inu, hat einen Design-Apport bekommen. Und der darf den Titel RDI führen. Das ist der Royal Design, also königliches Design. Vorsicht, ja. British Royal Society of Arts. Also, da steckt natürlich dann schon wieder der Adel dahinter. British Royal, ganz klar. Also hat der Typ auch wieder irgendetwas mit Menschen zu tun, die die entsprechenden Menschen kennen. So, und dieser Mensch war geboren worden, Brian Inu, am 15.05.48 durch den Sohn von katholischen Eltern, das hätten wir uns ja schon denken können bei seinem Namen, ja, katholische Eltern. Und sein unüblicher Vorname oder, ja, Nachname Inu, der kommt eben von dem französischen Huguenotten Namen Heno. So, das ist jetzt das. Er war erzogen worden hier auf dem St. Joseph College in Ipswich, ja, das gegründet worden war bei De La Salle Brothers. Damit ist klar, dass er diese Erziehung in Anführungsstrichen genossen hat, Anführungsstrichen unten. Und er hat eben da auch mit Pete Townsend von The Who zu tun gehabt und so weiter und so fort und deswegen, dass ein Bild sagt ja immer mehr als Tausend Worte, guckt euch diesen Menschen an auf der nächsten Seite, ja. Das ist Brian Inu, ja, als halbe Frau, als was weiß ich, verkleidet hier in dem, in dem Lied, das heißt wirklich, die Kinder sind am Brennen, ja, Babies on Fire, Brian Inu, ja. So, könnt ihr euch vorstellen, Peter Gabriel und Brian Inu, die verstehen sich richtig tüfte, ne, die verstehen sich völlig dufte, ja, das sind alles hier Szenen aus dem Video von ihm, ja, Babies on Fire, ja, das ist, wie der Michael immer sagte, kranke, SCH-Punkt, ne. So, er begann seine Karriere 1971 als Mitbegründer von Roxy Music mit Federboa, Plateauschuhen und Glitzertürchen, also Glamrock. So, und stieg dann 73 aus und, ach, ich hab ja noch eine Reminiscenz, ich hab was Schönes für dich auf der nächsten Seite. Ich hab's ja doch nicht vergessen, ich wusste es noch eben nicht mehr, es tut mir leid, ja. So, und er hat jetzt zusammengearbeitet und jetzt geht's echt los mit Robert Fripp, den kennen wir doch, der hat nämlich auch Gitarre gespielt bei Peter Gabriel, schon wieder sind wir schon bei den selben Leuten, ja. So, und er hat eine Klangerzeugung gemacht namens Frippertronics, wo er eben ein Rückkopplungssystem gemacht hat, alles was mit Rück zu tun hat, ist satanisch, rückwärts gespielte Musik, rückwärts laufen, rückwärtsige Dialoge, Rückkopplungssystem, ja. So, und er hat hier die Berliner Geschichten produziert von David Bowie, also die Berliner Alben, hier Low Heroes und Lodger und ist der Co-Autor des Songs Heroes, also er hat den mitgeschrieben, ja. Das ist also jetzt wirklich kein Spaß. So, und hat mit Talking Heads gemacht, eben mein Leben in den Busch von Geistern 1981 und hat ab 1984 für U2 gearbeitet, ja. Produzent von Joshua Tree, Achtung Baby, Zorupa, All the Things You Can Leave Behind und No Line on the Horizon, also für über 20 Jahre für die Jungs gearbeitet, für U2, ja. So, und das ist U2, beziehungsweise das ist U2, wie sie sich so darstellen, das ist also Bono the Edge und die Leute kennt man ja eigentlich nur unter ihrem Künstlernamen sozusagen und Bono heißt ja gar nicht Bono, sondern Bono heißt Paul David Hepschen und ist natürlich KBE, Knight of the British Empire, Knight Commander of the British Empire, warum hat er das? Weil die Queen ihn so toll findet, ja, warum findet die ihn so toll? Tja, weil er so viele Alben verkauft hat, 170 Millionen nämlich angeht, ne. So, und deswegen kriegt Bono jetzt auch hier einen kleinen Plätzchen, damit wir diese Band ein für alle Male abfrühstücken können. Bono besitzt eine Beteiligung von 1,5% an Facebook, die er 2009 für 90 Millionen Dollar verkauft und etwa später für 120 Millionen Dollar gekauft hat. und nach seinem Börsengang von Facebook wird sein Anteil auf 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also der Mann hat, ja, eine gute Milliarde verdient, mal eben, ja, durch entsprechende Kontakte natürlich, weil du kannst ja nicht einfach mal so eben wissen, wann, wo, was, also der Mann muss gute Berater haben und er wird auch genannt, er hat gute Berater, in den Paradise Papers genannt, also ein weinverzeigtes Firmengeflecht von Briefkastenfirmen und so weiter und so fort, also er bezahlt jetzt ungerne Steuern, er möchte immer alles für sich haben, so fünfmal ich will, ne, ich will mehr Geld, ich will mehr Frauen, ich will mehr Autos, ich will mehr Urlaub, ich will mehr von allem, so ungefähr, ne. Und deswegen hat er auch seinen Best Buddy, einer seiner Best Buddy auf dem nächsten Film, auf dem nächsten Bild, Entschuldigung, ist George W., ja, so, der ist ja auch, der hat ja dann auch wieder so eine kleine Reminiszenz an hier, My Life in the Bush of Ghosts, ne, den er dann produziert hat, das ist auch ein, etwas im Busch, und er führt es dann fort mit Bono und dem US-Präsidenten Barack Obama, also dieser Mensch ist also hier extremst, extremst, extremst unterwegs in dieser Welt und deswegen ist er einer dieser absoluten Hafenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter dieser Welt in der Offenbarung 18,21 Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden und der Klang der Hafenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden, und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer die hingeschlachtet worden sind auf Erden Dankeschön Jörg und er hat diesen Auszeichnung bekommen Night Command of the British Empire er ist mit George W. Bush zusammen er ist mit den ganzen Neuen zusammen und deswegen hat die Time Magazine getitelt Kann Bono die Welt retten? Und ich konnte nicht umhin darauf eine Antwort zu geben auf dem nächsten Bild Ruf mich an Ruf mich an über ihn über ihn auf der nächsten Seite Bilder sagen mehr als tausend Worte mit dem Spiegel aber das was er da macht da trägt er keine Maske oder? wenn er da seinen Manu Konuta zeigt dann ist doch klar wer er ist was er ist und wem er dient und wie das dann ist mit Brian Eno und David Bowie das verraten wir dann in den nächsten beiden und vermutlich letzten beiden Sendungen die über David Bowie handeln ich hoffe ihr habt dieses Mal über Lost Highway einiges mitbekommen und dann Brian Eno schon mal kennengelernt mit welchen Leuten der zusammen ist und dass die Leute alle untereinander miteinander zu tun haben und sich alle kennen und alle dieselbe Agenda betreiben ob sie Peter Gabriel heißen ob sie U2 heißen ob sie Brian Eno heißen ob sie Roxy Music heißen wir können uns alle möglichen Leute ob sie Bob Dylan heißen wir können uns alle rausblicken alle laufen immer auf demselben Lost Highway auf der Straße der Verdammnis und versuchen möglichst viele Menschen einzukassieren nach dem Motto hier geht mit mir geht mit uns mit wir laufen hier auf dem breiten Weg auf dem Broadway auf dem Broad Lost Highway und hier ist schön und hier ist toll und hier gibt es Geld hier gibt es Frauen hier gibt es Autos hier gibt es was zu trinken hier gibt es ganz leckere Sachen alles so schön bunt hier und komm doch einfach mit so viele wie wir sind wir können uns gar nicht irren so läuft die Geschichte und Jesus Christus sagt halt einfach die Letzten werden die Ersten sein nicht diejenigen die da ganz vorne stehen und sagen wir wollen die Größten sein wir wollen die schlauesten sein die weisesten sein die reichsten sein das ist alles nicht erstrebenswert wer in einer satanischen Welt leben wer in dieser satanischen Welt weiterkommen will muss noch satanischer sein und das ist für einen Christen undenkbar und deswegen kommen wir auch hier zu nix und ärgern uns die ganze Zeit über miserable Internetverbindungen Computer die nicht funktionieren Videos die wir nicht hochladen dürfen und so weiter und so fort weil wir in einer satanischen Welt leben die nur von satanischen künstlern durchdrungen ist und die dann erfolgreich sind die natürlich alles machen dürfen alles machen können weil die der agenda satans dienen und das machen die künstler so offensichtlich hier dass es jetzt völlig egal ist wem wir uns hier rauspicken würden wir würden immer das finden dass sie mindestens sich selber dienen aber niemals ihrem nächsten wie sich selber sondern immer nur sich selber und damit die agenda satans ist eine agenda des egoismus die agenda satans ist eine agenda gegen kinder und wir haben jetzt so viele gruppen alleine schon in dieser folge wieder beleuchtet mit rammstein zum beispiel also ich denke das reicht jetzt für diese sendung und ich hoffe ihr seid in den nächsten und letzten beiden david bowie sendungen dabei ich hoffe zumindest dass die letzten beiden werden denn dann mache ich den rundum schlag und dann kommen wir wieder zum ausgangspunkt zurück und dann gucken wir uns mal an wie davids bowies leben geendet hat quasi auch auf einem lost highway und damit gebe ich dann zurück an meinen geliebten bruder in christus dem jahr ja danke dass du mir nochmal das mikrofon gibst aber ich habe im grunde nicht mehr viel zu sagen ich habe ziemlich viel schon während der sendung gesagt und es war sehr aufschlussreich wieder einmal und vor allen dingen halt die verwurzelung dass man in der hundertfünften sendung gleich wieder den anschluss findet an alain tab ich kam vorhin wirklich nicht auf seinen namen kurz danke dafür in der ersten sendung und wieder einmal schließt sich der kreis der kreis ist ein teufels kreis das sollte man vielleicht von diesen dingen behalten es ist ein kreis aus dem man nicht rauskommt wenn man da drin gefangen ist wenn man sich erst einmal davon gefangen nehmen lässt das ist genauso wie der zirkus zu dem pinocchio ging als er sich hat in den zirkus da verführen lassen da konnte er ja hin und dann kam er raus als esel war das nicht so irgendwie habe ich das sowas in erinnerung da also man kommt da anders wieder raus ja das ist auch so eine art verwandlung die ganze pinocchio geschichte geht ja um verwandlung und da geht es um die verwandlung eines kleinen jungen in einen esel und im grunde ist das genauso wie es mit den menschen gemacht wird durch diese satanische medien agenda sorgt satan dafür dass wir alle zu dummen eseln werden und ich habe jetzt gar nichts gegen esel und ich finde esel persönlich auch nicht dumm ich glaube auch gar nicht dass das dumme tiere sind es sind halt einfältige tiere tiere sind eben wesen die gott nicht kennen deswegen sind sie tiere sonst würden sie ja menschen sein mensch hat ein verstand und kann gott erkennen oder kann erkennen dass gott ihn erkannt hat das kann ein tier nicht deswegen ist ein tier einfach und simpel und was will satan im grunde mit dieser veränderung machen er will uns menschen die wir einen verstand haben diesen verstand nehmen und will uns degradieren zu tieren weil tiere lassen sich leicht lenken tiere lassen sich steuern deswegen macht man solche experimente wie pavlovs hunde und solche sachen deswegen werden diese gedanken kontrolle experimente gemacht ja deswegen werden diese gespaltenen persönlichkeiten gemacht deswegen werden meditationen gemacht deswegen werden hypnosen gemacht um leute auf die art und weise eben zu kontrollieren satan kann damit nicht umgehen wenn er mit menschen konfrontiert ist die denken können für sich selbst denken können und dann noch nebenbei das beste buch der welt in der hand halten das wort gottes in der hand halten da kann er nicht mit um und deswegen muss er dafür sorgen dass wir das nicht haben und er probiert es auf allen möglichen graden auf allen möglichen etagen auf allen möglichen ja ich wollte das wort vermeiden aber leveln ja auf auf jeder schiene versucht er das die satanische medienagenda ist nur eine davon es geht darum um euch zu unterhalten um euch runter zu holen weil ihr seid oben durch christus und er will euch von christus weg holen und ich denke das ist eine der wichtigsten lektionen die wir aus dieser lesung heute vielleicht ziehen sollten führe uns nicht in versuchung sondern erlöse uns von dem bösen beten wir im vater unser nicht ohne grund nicht weil gott uns in versuchung führen kann aber weil wir wollen dass gott uns von dieser versuchung beschützt und sorgt dass wir gar nicht erst in die versuchung kommen aber wenn wir da einmal drin sind da kommen wir aus diesem teufelskreis ohne gott niemals raus da sind wir 100 prozent noch mehr auf seine gnade angewiesen als wir sowieso schon sind ja und vor allen dingen die leute glauben ja dann auch die sind im recht weil die meisten so sind ja die menge hat ja so gesagt immer recht und ja die leute stehen lieber an der langen schlange als an der kurzen schlange weil einer kurzen schlange kann ja irgendwas nicht stimmen dass ich habe das auf der straße ständig mit fahrstreifen ich habe hier eine straße in belgien das ist eine hauptstraße die wird auf einmal von eins wird die zwei fahrstreifen und die ganzen idioten stehen immer rechts und blockieren dann sogar noch das dass ich links nicht rüber kann aber wenn ich links rüber kommen dann spare ich eine minute oder zwei aus wenn ich da durchfahre und das geht kann ich ganz normal machen aber nein wie die lemminge da wo die anderen stehen da stehe ich auch ich gehe nicht für mich selber ich denke nicht für mich selber und das ist genau das gedankengut was sie was satan braucht und genau das gedankengut das jesus verabscheut und deswegen gibt er uns die bibel deswegen gibt er uns sein wort und sagt wenn ihr dieses wort habt dann vertraut auf mich dann bin ich für euch da und dann kriegt ihr von mir das ewige leben und das ist ein bund den man schließt der nichts kostet sondern was bringt anders als ein packt mit dem teufel den man schließt und der nur alles kostet von daher lest eure bibel maranatha woe unto them that seek deep to hide their counsel from the lord and their works are in so many think god does not see their sin woe to those who think they can hide from him god is he's grieving he knows and he's seen isaiah 29 verse 15 woe unto them that seek deep to hide their counsel from the lord and their works are in Amen. Amen. Amen.